Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 20. September 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1252, heute mit den folgenden Themen. Wir haben ein iPhone 14, ein Return to Monkey Island, Apple Watch, die nicht dabei ist, Microsoft und GTA 6. Ich danke vielmals dem Tippgeber Dani und dann stürzen wir uns gleich auf die ganzen Themen. Es wurde nun bekannt durch ein, was ist das, ich glaube chinesisches, zumindest asiatische Plattform-Blog, Contiantu, du lest selber in den Shownotes nach, respektiv klickt da drauf, die haben verschiedene Netzteile, Ladegeräte getestet am neuen iPhone und siehe da, da ging Strom durch, bis um mit 30 Watt. Anscheinend, also zumindest von Apple nicht akut beworben, aber anscheinend soll das iPhone, die neue Serie, Möglichkeit haben, bis eben 30 Watt Strom aufzusaugen. Das ist natürlich nicht schlecht, wie ich finde, und kommt schnell Strom rein. Ich meine, ich, der fleissig mit Oppo-Smartphones rumhantiert, die, was haben die, 60, 80 Watt reinbuttern können? Und ganz neu, das Nokia, genau, das Huawei Nova 10 habe, was 100 Watt mit reinbuttern, das sind schon ganz andere Nummern, aber 30 ist nicht verkehrt und klingt schon mal spannend. Ich bin mal gespannt, wie dann da die Erfahrungen so damit sind und werde meins, wenn ich dann irgendwann mal eins in die Finger bekomme, sicherlich auch mal mit ein bisschen mehr Strom versorgen. Dann gibt es Neuigkeiten für all die Gamer. Zuerst geht es hoch, dann runter und dann vielleicht wieder hoch. Wir werden es noch sehen. Return to Monkey Island. Seit gestern Abend kann man das Spiel jetzt endlich kaufen. Schon länger angekündigt für das Jahr 2022. Das Jahr schreiben wir jetzt im September. Genauer gesagt, gestern am 19. War es endlich soweit. Ihr konntet euch das Spiel runterladen. Ihr könnt es natürlich auch heute noch erwerben. Lässt sich das Ganze für irgendwas um die 23 Währungseinheiten, für den Mac, für Windows, aber auch für die Nintendo Switch. Und nein, ich habe keine Zeit zum Spielen und oder muss ich doch bald haben. Lieben Gruß an Marco. Wer weiss, wer weiss. Wir werden es sehen. Die Neuigkeiten, wo es ein bisschen runter geht, ist das, was die Kartellbehörden aktuell tun, und zwar die der EU und die des Vereinigten Königreichs. Denn beide sind der Meinung, dass der Kauf der Redmonter, sprich Microsofts Kauf von Activision Blizzard, nicht ganz gut ist für die Spielebranche. Anscheinend haben Sonys Lobbyisten fleissig gewirkt. Und ja, jetzt wird das Ganze untersucht. Und was heisst das für euch Spieler, und vor allem für Microsoft, die das Ganze eigentlich schon in ihren Game Pass ein bisschen mit eingebaut haben? Es wird sich in die Länge ziehen, denn die EU ist mit solchen Entscheidungen nicht unbedingt die schnellste. Ziemlich unschön, wenn man bedenkt, dass da 75 Milliarden US-Dollar, die grösste Übernahme von Microsoft, die es bis jetzt gegeben hat, geflossen sind. Und ja, wir werden es sehen, ob es dann wirklich durchkommt oder nicht. Zumindest hat Microsoft schon mal den Jahren das Ganze festgelegt, wie lange das gewisse Spiele wie Call of Duty noch auf der PlayStation laufen lassen sollen, werden, tun. Deutsch wieder mal, entschuldigt. Genau, es soll neu jetzt auf mehrere Jahre begrenzt sein, sodass man eben nicht gleich die Konsole wechseln müsste, wenn man es dann noch weiterspielen möchte. Zu guter Letzt gibt es noch einen Leak. Wir machen es eigentlich nicht so viel, aber heute aufgrund der nicht allzu häufig aufgetretenen Themen, hier habe ich es mit reingenommen. GTA, das sagt euch sicherlich. Irgendwo so ein Spiel mit Autos und Bum Bum. Ihr kennt es. Ja, da gibt es ja irgendwann mal eine neue Version und jetzt sind Details geflossen. Und zwar Bilder und Videos zu der neuen GTA 6 Version. Wer sich da ein bisschen genauer einlesen möchte, auf daily.gitalk.co oder im Podcatcher eures Vertrauens, ist ein Link mit drin, wo das Ganze schön ausführlich beschrieben ist, was dieser Hack gemacht hat, respektive wo er stattgefunden hat, wie man an die Daten gekommen ist und so weiter und so fort. Was man wissen sollte, ist, dass die Bilder und die Videos, die man da sieht, aus der frühen Pre-Alpha-Phase stammen, weil das muss um das Jahr 2019, 2020 rundherum sein und somit nicht natürlich die aktuellen Bilder, wie sie schlussendlich sind. Aber dennoch ein Skandal für Rockstar Games und das wird sicherlich auch noch Folgen haben. Ich bin sehr gespannt und wir dürfen alle einfach nur abwarten und sehen, was dann schlussendlich damit passiert, respektive ob wir das Spiel wie und wann dann bekommen werden. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag und bis bald wieder. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.